hallo zusammen da sind wir wieder in lords of the fallen ich habe hier meine kraftys wieder eingesammelt ein bisschen was dazugekommen ich habe jetzt fast 15.000 und ich werde mich büte hier noch einen schritt weiter zu gehen ohne die auszugeben ich habe allerdings hier guckt doch jetzt auch gar nicht weiter ich bin daher ich gehe lieber noch einmal durch das habe ich übersehen gehabt das ding interessiert mich nicht und zwar haben wir hier wenn man noch umbral wechselt die figur wo waren die mensch muss mich kurz orientieren ja im umbral das ding rausgezogen und dann gab es der vorsintflutliche meißel anklang der geister mein werk gehabt das ist jetzt auch nicht mehr so vorsintflutliche meißel können wir also zusätzliche fassung in unserer umbral katerne einbauen okay so jetzt melde ich mich aber erst wieder wenn ich da oben stehe und alles ausgegeben habe okay jo da sind wir wieder hier habe ganze rune oder kraftys ausgegeben und gottnacht mit dem meißel den man da unten gefunden haben wir sind ja das letztens noch über das dach über die küche da unten übers dach in umbral hier rein und haben die tür geöffnet war lauter hektik immer dort abgenippelt hier oben habe ich eine neue leitung gezeigt dass ich doch mal auf die zeit gesammelt haben unter unerwahl der in umbral wieder die statu oder das gebilde oder wie nennt man das überhaupt die schwese sagt gar nicht und da gelag der meißel drin für die laterne auf zu rüsten die haben wir jetzt aufgerüstet noch einmal konnte man eine fassung noch einfügen auch das habe ich ganz übersehen doch eben sehe ich das im argenwinkel ein schutzspiegel dreimal ach du scheiße das machen die mit absicht wollen die alten männer verwirren jawohl und was wollte ich jetzt sagen ja halt die warte mal was ist das ja noch mal so ding müssen wir da jetzt auch noch mal in umbral was ausstelle oder was ich habe gar keine ahnung auf jeden fall haben wir dritt die fassung kriegt das seelenschinder und ich habe umbral auge neu dass man seelenschinder bisschen verlängert ich weiß zwar nicht ob das was bringt oder ob man lieber was anderes nimmt aber da war ich schon guck mal von beiden seiten hier entweder die treppe da oder rechts so hat er sich ja irgendwie naja also egal jetzt macht der motor den kopf so könnte man jetzt auch noch mal habe ich das schon gemacht müsste ich wieder nach umbral ich weiß gar nicht ob ich das schon gemacht habe mit dem heuny da wenn wir es riskieren auf die gefahr hin dass ich schon mal gemacht habe das ist also ein rektor du der autor drauf guck was er oder glaube jetzt oder soll man da jetzt noch mal wenn man schon oder am besten da oben ach so ja ja wo ist denn jetzt mal ach da oben da war nämlich einer gestorben dann haben wir weggeputzt ich gehe jetzt trotzdem ich will jetzt nicht in umbral herumreifen deswegen haben die das dann noch mal daher gebaut wenn du brauchst nur adriker ok so gut natürlich jetzt weg das ding jetzt können wir die leider nutzen wenn wir schon da sind gehen wir da hoch na du böser du süßer böser so ist da eine tür da können wir da raus so ne das war das immer darüber doch das ist der hof wo ist die küche ja jetzt bräuchte man unter umständen vielleicht noch was ist denn jetzt hier so das zeigt noch das sammeln wir noch ein standard pheralium klumpen und munitions tasche auch die sind wichtig da hat man gucken kann man den aufmachen weil das ist ein anderer raum an von dieser seite nicht geschlossen werden nicht geöffnet werden weil ich mich wieder die hilft nicht wo ich wo ich rumtanzer besser leider was sind wir jetzt eigentlich und man uns mal die karte bemühen warte 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 ne da muss so ein heun hier sitzen irgendwo so ok dann heben wir uns mal auf merkt er das mal ja gut ja aber da scheinen wir einigermaßen sicher zu sein würde ich sagen wir gucken gerade mal wir sind ein haus der heiligen brüder locker weg ist immer noch nicht ganz abgeschlossen ich kann mich jetzt auch nicht verreisen helga ist ein läder unterwegs also durch den eingang das ist der hof und zweite bild jetzt ist der eingang in die küche da gibt es den schlüssel im hof dann hat ja der wester gehabt dann gehen wir in den raum wo die statue steht da kann ich mich jetzt nicht erinnern da ist das in der küche kann natürlich sein dass das die küche ist und von dort aus haben wir die möglichkeit zu dem wie nenne ich ihn denn jetzt die gauber rechts da brauchen wir auch einen schlüssel wenn wir den schon gekriegt den schlüssel und dann haben wir die wahl zum turm oder zum eingang so steute ich das jetzt einmal einfach so aus dem stehkreis warte mal mal gucken da noch mal so das müssen wir jetzt da zerschlagen können das ist der heilige ratatousk und ratatousk von ratatouille sieht so aus wie wenn der gegen unsere waffe immun wäre das ist ja dasselbe wie der unten steht mein gott ich mach keinen schaden bei dem futze hierher oh je was machen wir freunde ich bin da jetzt nicht mehr wie ich da ausweichen soll blutung blutung interessiert die alle nicht du kannst die haltung brechen du kannst mich am marsch legen haltung brechen ausgerissenen augapfel ja kannst mit baller spielen wenn du willst jetzt müssen wir es doch wieder nutzen jetzt müssen wir es doch nutzen geht ja keinen schritt weiter oder sollen wir erstmal gucken vielleicht warte mal da ist es ja alles unbekanntes da unten steht ach du scheiße freunde da ane aha schau doch einmal mensch du weißt doch nicht was da los ist der tür machen wir auf oh konnte er durchschießen wahrscheinlich ne ich geh raus ich habe jetzt keine lustung nicht in umbauen so fühle ich mich doch wohler freundlicher die gegend hier keiner steht ohne ne ja was passiert wenn man da jetzt runter gehen das kannst du rausfinden wenn du runter gehst au da ist er leider jetzt geht die führt nach oben jetzt gehen wir halt immer erst nach unten ach gut ne freunde wollen die stände ich sehe achtung da ist ein boger schütze oder warte mal warte mal ohje warte mal komm mal auf mal da ist gar nichts okay das war kein boger schütze da ist eine truhe die ist geplündert gut dann weg hier geht es so lang da ist er leider die kannst du runter stummen du musst jetzt nicht mit dem holzkopf los das los ein bisschen laufen er wird dann mit dauernd äußern da kommt ja schon der nächste warte mal los aufmachen ah das war die tür öffnet sich nicht von dieser seite prima ich weiß mal nicht wo ich bin jetzt ach doch doch warte mal die hängen wir ab jetzt warte mal die lage die lage will schon Ärger haben wozu und der andere geht jetzt wieder raus oder ah da ist der runter ok dann mach gleich wieder zu hopp da ist der runter gesprungen das ist der innen hoch ne da waren wir ja oder nicht ne da wollten wir hin und schon wieder hoch ne warte mal da waren wir nicht oh scheiße ein Hund ne er ist denn da weh oh warte mal ach komm fuck you du Arschloch scheißköter ja der haut auch noch ein Schiel vorne drauf jetzt habe ich mal alles verbaut wieder war ich doch schon warte mal kann ich ich war doch schon ich kann doch die Reue latschen komm komm machen wir auch nach der jetzt und ja bleib locker so Achtung zack ruhen ruhen wieso geht das nicht ruhen ich will hier ruhen und die Drecksköter dahin hocken ja wo ist denn der jetzt herkomme ach du scheiße her ja die kommen alle aus dem Boot ja gut wir haben wir wenigstens unser kraft ist da liegen und dann du darfst nicht so lange im Umbrat bleiben ne wie lange darf ich denn bleiben in Umbrat ach ich schon 10 Sekunden aha ah Jakob ja hopp nimm das Zeug raus hier sind natürlich die anderen wieder da ja aber die stehen jetzt glaube ich nicht gerade oben ja konnte gar nicht neu ah doch ja ja das ist dann ne konnte ich mich da ausschleichen bei dem was ist doch und das hätte ich auf jetzt mit dem scheiße ne das ist nicht was das kann du kannst dich nicht stärken ah das ist doch ein Witz Freunde mit der Waffe nicht wo du da hast da brauchst du eine richtige Waffe das ist ein Spielzeug was du in der Hand hast ha aber ja warte ich mach erst die der auf dann haben wir massakriert oder ah jo so jetzt kann man wenn ich uns die gleiche kann man das aufmachen jetzt ah gut sei dank geht schwer he mit Kettgeölen das mach später ok ach das war der da ja hat gereicht ne so ja da sind wir richtig gewesen dann könnte man was machen wir jetzt ich wisse es nicht wenn ich die Kiste ist leer hier ausgekokelt und hier warte mal halt ah oje geh mal da rein jetzt kurz das kotzt mich so dermaßen aber das klappt mal kein naja ach du scheiße zeig mal in die Tasche kann man natürlich kein Umbral Rest irgendwo da oder ich weiß jetzt momentan meldet sich auch nichts ich weiß nicht warum das das kann man das erkennen irgendwie wo ist denn der jetzt vorne liegt noch was der Trinität ah leck mich am Arsch weg dann wäschen wir zusammen jetzt pass auf der haut schild ne auf meine fritz nicht lachen du Arschlo das war's jetzt was ist denn das wenn das jetzt wieder so viel Pein gleicht hat das brauch ich nämlich da war das Schild gelegen ah ja das habe ich jetzt mitgekriegt geht dann raus wo ist da geht man raus da hängt auch wieder einer oh dann haben sie aber mhm da das ist der Gärtner gewesen da hat er die Blumen gepflanzt ne fuck ist ja sind wir nicht ach so war da noch so umbra ja hau ab so nach Hause irgendwo da willst du da runter jetzt da hast du da noch Gegner ja dann los so raus komm hin rum ich brauch immer drei Schläge für die Gegner normal kommt das nicht so ja ich geh da wieder runter da stirbst das macht nix ich geh da vorne rum ich geh gar nicht da entlang da ist der Bogenschütze naja egal naja egal ja wenn da jetzt wieder einer tut dass ich nicht rasten kann eben und genau fertig aus so Freunde wir haben noch die 6000 ich brauch aber jetzt glaube ich schon ach so viel sind das gar nicht mehr oh das nütze ich ich habe da ähm so ein paar Tralalas im Gepäck ich hab schon wieder die Hose gekriegt die gibt's auf was brauche ich denn was ist denn das 1600 hab ich auch noch einer 800 reicht oder mischt grad reichen aber nicht mach ich einer fertig da draußen 7000 das reicht dicke aufsteigen komm Charakter aufwerten nichts da so warte mal äh noch einmal in leben da sollen wir mal Agilität für was hab jetzt gar keine Waffe die ich ja du musst dich aber entscheiden ja ne ich geh noch mal auf ein bisschen leben haben wir ungefähr gleich von großen Balken Ausdauer und Leben haben wir noch nicht so viel bei Lust vor dass er dich nicht sieht wenn er dich bemerkt geht er da hinten hoch stopp wechs gehöter doch ok meine ach gut ne den haben wir jetzt gehabt schon aber da war doch noch oh oh guck mal da liegt ja auch noch was hallo ach gut ne hier hör doch mal auf ich geh mal auch langsam zur Neige Gott sei Dank verkauft der Linde noch ein bisschen was von dem Zeig so warte mal wo müssen wir jetzt hin oder was heißt wo müssen wir hin wo sollte man hin so waren wir ja ne gehts nicht weiter ich muss jetzt erstmal mich orientieren oder mit dem was macht denn da jetzt ja da muss ich weil der ist runter gesprungen wahrscheinlich und hat gedenk kann man den Pfeil durch die Wand in der Rücke jagen so ok also da irgendwie da sind wir runter gesprungen ja gut du Scheiße du Drecks Wichser ach jetzt kommt der schon wieder oh das hat nicht gereicht Junge hat sich aber gebufft da kommst du jetzt nicht ja ich hab nicht so viel Kraft macht nix das hat's vergessen wieder wann ist das auch Türchen mal weg da oder vor ja ach komm ich wollte nicht schon wieder und ein Hund in der Nähe wäre schön am Geräusch ja gut gibt's nicht raus her komm warte mal runter vielleicht runter ja und jetzt ja und wo bin ich denn da jetzt da bist du an dem verbotenen Tor langsam ne also das gibt es nicht drei das ist ein bisschen zu viel weg hier äh Moment so geht es nicht weiter ihr was okay okay geht nicht auf ja ich will auch gut wir haben Blutung konnte soll die man da herkomme jetzt haben wir keine Blutung mehr okay okay also das war jetzt der ist hart nicht der Typ der ist echt hart nicht ich meine das gibt's doch nicht jetzt habe ich noch drei Tränke warte und geblutet haben wir und mich mache überhaupt keine Blutung schade mit der Waffe da du durch bloß 60 Blutung schade da lacht er ja dann okay dann machen wir das noch einmal ich muss ja irgendwo wer ist denn das jetzt ist er das ich sehe nix gut ich muss nicht da stehen bleiben aber nichts dagegen das öffnet sich nicht von der Seite muss ja da da vorne geht es weiter okay schau dich mal um ich denke da dass da noch so einer ist ein ganz gefährlicher die könnten da vielleicht rein ist ein Burgschützer oder ein Armbrustschützer da vorne oh je oh je der ist sauber ist er nicht oder da steht der heilige Franziskus ach komm Freunde was heißt das jetzt wieder ich habe da wo ich schon dummisch gseh ich bin gschlisch ach noch einer und er bleibt jetzt in dem seinem Schatten ja dummisch auch nicht ja Achtung 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 wenn waren wir alle jetzt du kommst du nicht weiter doch da vorne irgendwo irgendwo geht es weiter ab wie geht es durch die brunne durch ja macht der gedanken ok mannig rufbisch da verstehen sie es nicht anders da wollen sie es nicht wissen wollen sie es nicht wahrhaben das gibt es ihnen das gibt es im cancel spiel dass du nicht durchschlagen los doch die finger von dem scheiß tor das gibt es im camp so spiel da sind wir jetzt ich muss raus aus um prallig will hier nicht ja wenn dann konsument in umfragen die türe nicht aufmachen kannst du sowieso verloren alles paros macht doch keiner mehr wach so in dem wer ist denn das jetzt frau um praller jetzt habe ich ja wieder nichts mehr das ist doch muss hier raus als um prall oder wieder sehe ich springe ja durch den brunnen weiter weiter wenn so ein bellchen habe gelust da jetzt abzunibbeln man kann man doof machen ja das haben wir jetzt haben ja was ist denn das war ein typ darum ein zwiebelkorb ja ok freunde hat schon wieder eine hätte ich aus aber immer wieder da und ja ich würde sagen mache ich noch ein kart wieder versuch mal zeigt zu kriege ist guter doch nicht so viel und dann steigen wir wieder okay okay macht es gut bis dann